Und ich denke auch mal, weil wir letztens auch mal nachgefragt hatten, wie sieht es grundsätzlich so aus mit eurem Portfolio, weil vor ein paar Monaten ja noch einige geschrieben haben, ja so plus minus null gerade, es dauert noch ein bisschen, bis ich wieder im Plus bin und so haben viele gesagt, aber ich denke mal jetzt, also weiß nicht, was sonst schief gelaufen ist, wenn jetzt noch einer im Minus ist, aber ich denke mal, ihr seid alle im Plus, oder? Mal eins in den Chat, wer im Plus ist. Würde mich auch wundern, dazu habe ich mir vorhin auch Daten angeguckt, spannenderweise von CryptoQuant mit dem MVRV, da sind wir mittlerweile auf einem Wert von 2,5, können wir auch parallel mal mit aufmachen, ein paar Daten hier, stört ja nicht, war? Nachmittag sind noch alle fit und munter und haben noch keinen Suppenkoma oder ähnliches, also scheppern wir uns hier mal ein paar Daten noch mit rein. Also alleine, wenn wir uns die Daten angucken, würde das bedeuten, dass gerade jedes Portfolio im Durchschnitt mit 150% im Profit sein müsste und das letzte Mal, dass wir diesen Wert gesehen haben, war im November 2020, also das war quasi der Anstieg, den wir gesehen haben, nachdem wir das All-Time-Hide 2017 erreicht haben, von ungefähr, was waren das, 17.000, 18.000 US-Dollar, 19.000 US-Dollar, irgendwie so. Und bei 18.000 2020 im November haben wir dann das letzte Mal diesen Wert von 2,5 gesehen, also man sieht hier, wir haben ein sehr bullisches Sentiment und wir dürfen nicht dabei vergessen, dass die wenigsten Wallets, stand jetzt, ihre Bestände abstoßen. Also wir haben sehr viele Wallets, die gerade im Profit sind, laut den Daten hier von CryptoQuant, 150% im Profit und trotzdem haben wir so gut wie keine Abverkäufe oder wenn welche da sind, werden sie alle absorbiert, also wenn das keine bullischen Daten sind, dann weiß ich auch nicht, dann habe ich den Markt nicht verstanden. Dann ist wirklich Polen offen, du sagst, wie es ist, ja. Dorsch, du bist echt ein Schweinehund auch, ne. Aber mich freut es auf jeden Fall, dass hier eigentlich nur Einsen sind, außer hier Smash Up Minus, Noah, Elia Minus, aber wann habt ihr dann eingekauft? Wahrscheinlich wirklich am Peak, das ist so der 0,01% Investor, der wirklich bei 69 dann irgendwie noch eine Position offen hatte, wahrscheinlich. Gefühlt schon, ne, aber gut, ich meine, es wird, also selbst bei denen, die jetzt gerade schreiben, ich bin jetzt noch im Minus, nicht mehr lange dauern, dann sind die auch nicht mehr im Minus. Ich meine, klar, ne, es gibt natürlich auch die Leute, die halt nur auf irgendwelche komischen Schwitzer Coins gehen, die irgendwo auf Rang 5000 sind, gut, ne, ich meine, dann ist klar, dass man da nie irgendwas garantieren kann oder sonst irgendwas, also, weil ich sage mal, wenn man wirklich in den großen, ja, ganzen Projekte ist wie Bitcoin, Ethereum, XRP müsste jetzt demnächst, denke ich, auch mal die Rakete zünden. Ich meine, bei XRP war es ja meistens so, dass es eigentlich so mit als letztes dann mal angezogen ist. Du meinst den selben Coin? Fullrun war XRP jetzt nicht so ganz das Gelbe vom Ei, müssen wir ehrlich sein, ne, aber wir haben natürlich dieses Mal ganz andere Zustände, ne, Klage etc., also ich bin bei XRP schon auf jeden Fall zuversichtlich, dass da als nächstes mal die Rakete zünden wird. Was meint ihr? Aber es ist natürlich aber auch ein bisschen schadende, wenn man sich dann zum Beispiel Platz 9 anguckt, Dogecoin, performt sogar besser als XRP, also ich glaube, mittlerweile hat sich XRP wirklich den Namen eines echten Stablecoins gemacht, das muss man sich mal vorstellen, aber auch ich bin natürlich diesbezüglich positiv gestimmt, dass wir da nochmal einiges an Bewegung sehen, hat natürlich auch damit zu tun, dass ich selber XRP auch im Portfolio habe, von daher, ja, hoffen ist natürlich irgendwie, oder die Hoffnung ist immer noch da, das ist ganz klar. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber du, ne, also ich meine, bei XRP brauchen wir auch nicht irgendwelche Kurse von 100 Dollar erwarten, wie manche da immer rumspinnen oder so, ne, also ich bin super happy, wenn wir irgendwie im Laufe dieses Jahres mal Richtung 2 Dollar, 2,50 irgendwie sowas in die Richtung gehen, dann bin ich schon mega, mega happy, aber klar, ist natürlich trotzdem bitter, wenn wir uns mal grundsätzlich anschauen, wie generell 2,23 lief, 2,24 bisher lief, also ich, also merke schon, dass immer mehr Leute auch XRP einfach den Rücken kehren und sagen, du, ich bin raus, mir geht das einfach zu lange, kann ich auch gut nachvollziehen, ne, wenn du da irgendwie seit, keine Ahnung, drei, vier Jahren hodlst und es passiert halt gefühlt nichts, dann, ja, ist natürlich bitter, ne, ganz klar. Aber, man sollte natürlich auch nicht nur XRP im Portfolio haben, denn sonst ist es natürlich dürftig, sonst hättest du aber USDT kaufen können, ne, die letzten fünf, sechs Jahre, Mann.